hast du es lange gespielt? ich hab das ja 5, 6, 7 jahre. aber auch wirklich nur konterstrike damals. hab ich da drüben jäger gehört? nee. ich hab grad rechts vor allem hab ich ein paar kranzblatt gemacht. ach du. du warst das vielleicht? ja. bist du eine frau? eigentlich nicht, oder? ich muss ja... na doch, vielleicht... der nachtsseher hat doch auch einen weiblichen skin. vielleicht bin ich das... hab ich den skin? weiss nicht. hä? du bist doch... bist doch knochendoktor. jetzt? oder nicht. nee, ich hab schwarze hände. du bist knochendoktor, alter. echt? das ist auch ein neger. also ein schwarzer. der ist doch kein schwarzer. doch. ah, doch, doch. musst mal gucken, oder der maske. das ist auch so ein voodoo-typ. ja. an den händen sieht man es dann. hm. ach, da kommt ein gepanzert mit Stapeldraht. fack, 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 fack. ja, shit. fack, 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 fack Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jetzt ist es schon wieder so neblig. Ich bin ganz schön ruhig die ganze Zeit. Ja. Oh. 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 Die waren nah, glaube ich. Da hat doch gerade einer mit einer Karabiner oder so geschossen. Jetzt sehe ich und höre ich ja nichts mehr. Hoffentlich kommen sie nicht von zwei Seiten jetzt. Mhm. Ah, hier vorne. Ist tot. Aha. Ich glaube, das war auch ein Knochen-Doktor. Den können sie nicht aufheben, der ist ins Wasser gefallen. Oh. Ja, das sind seine Partner. Oh, die Explosion war ziemlich nah, hier vorne. Ja, ich sehe sie schon rumsteppen hier vorne. Ja. 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 Oh, hier vorne hockt einer. Ja. Ja. Also einer ist da. Ne, der rennt gerade da. Und einer ist hier in dem Haus. Ja. Ja. Der andere ist hinter dem Haus jetzt. Ich werde gerade eine Chaosbombe werfen. Hier vorne stehen zwei. Da hinten. Ich glaube, der im Haus wird gekillt. Und einer ist da hinten. Einer ist links vom Haus. Hat nen Hit. Und er ist tot. Da hinten hat keiner. Ich muss trotzdem nachladen. Fit. Im Haus. Matze, im Haus. Ja, da hinten. Ja, da hinten. Ja. 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 Aber fuck, da kann man nicht reinwerfen. Ich hab ihn. Ja. Aber ist noch einer drin? Ne, außerhalb war noch einer. Ja. Ich hab hier noch einen gehittet. Aber keine Ahnung, da hinten. Der ist immer noch da hinten, ja. Haben wir gerade einen Schiff. Ja, gut. Oh, hier ist noch einer. Oh, da ist noch einer drin. Micha, hinter mir. Hit. Der hat Hit. Okay. Da ist noch einer außerhalb. Scheiße. Ja, linke Seite. Scheiße, man. 22 Meter. Ja. Der drinnen ist weg. Ja. Aber da draußen war noch einer. Warte, ich heb dich auf Micha. Du musst schnell in Deckung. Der war ziemlich nah. Ungekleidet. Okay. Oh, von da hinten. Da sind noch zwei draußen. Einer läuft fast. Da hinten ist irgendwo einer. Mhm. Mh. Ey, fuck, fuck, fuck. Mach mal Platz, ich muss da rein. Komm rein. Komm rein. Schnell. Ich hab mich einmal gehittet. Was hat der für eine Waffe? Hat der Auge. Pass auf. Ja, genau. Da hinten war noch. Einer hat Hit. Wo denn Markier macht? Dort irgendwo jetzt im Gebüsch. Los, wir holen uns aus dem. Fuck. Oh, ich hab Hit. Warte. Alter, von 63 Metern. Das ist ein anderes Team. Kommt einer zu mir? Ja. Fuck, Scharfschützen. Wo ist der? Ja. Ah. Hinter dem Feld. Hm. Okay, ist tot. Der mich gekillt hat, war 63 Meter weit weg. Parkschlafschütze. Kann man mich ja erstmal nicht aufrämen. Ich glaub, der guckt da immer noch hin. Ich glaub, die waren an den anderen Hütten da hinten. Ja, genau. Ja, genau. Ich glaub's auch. Ah, da hab ich... ...eine vorhin... ...gesehen. Dort in der Hütte. Mhm. Oh, ich muss mal schnell nachgarten. Ja, genau da hinten. Ja, genau da hinten. Ja, genau da hinten. Ja, aber wenn der Sparks hat, hab ich immer in der Wetterlee. Wenig. Da... ...da in dem roten Hüt... ...in der roten Hütte. Da hat er krass rausgeguckt. Da hast du rausgerannt, oder? Nee. Matze, der steht immer noch da, wo du den vorhin gesehen hast. Nee. Nee, da hab ich keine Chance mit der Wetterlee. Matze, pass auf, der mit der Sparks hat er grad geguckt. Hm, ich hab ihn gesehen. Gut. Kann ich dich hochholen? Wer, ne? Ja. Hinter dir. Scheiße. Ja. Ich hol dich. Puh. Ja. Ach, Mist. Mist. Sorry. Ah, kein Problem. Boah. Problem ist, ich hab keine Heilung mehr. Hm. Ich hab noch genug, aber es nützt mir nichts. Boah, ich kann schon mal nicht mehr sitzen. Ja, fuck den Hund an. Wo liegt der? Äh, warte. Ja, hier muss er, ne, weiter links. Weiter links. Weiter links. Hier unten, der Berg drum rum. Da liegt er. Links, links. Rechts, rechts, rechts. 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 Links, da. Ja. 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 Da hat er tatsächlich noch... Da hat er tatsächlich noch... Die Leute einfach random da so... Ja. Das Ding ist spannend. Warte, ich hab noch einen Verband. Ach, Mist. Hättest du den noch geroutet vorher? Hättest du vielleicht noch einen Verband rausgeholt. Ja, stimmt. Hä, wie komisch das Schaltrad aussieht? Super. Ja, Mann. Kann jetzt überall sein. Ich glaube, die hängen da noch in ihrer... Komischen Hütte fest. Warum bist du jetzt tot? Komplett? Verbrannt. Ja. Ach so, hast du gebrannt? Mhm. Hab ich gar nicht mitbekommen. Das hat man... Das hat man gar nicht gesehen grad. Nicht? Nö. Er hätte doch nichts machen können, glaube ich. Die hängen da noch. Wie der Blutekel. Da links ist gerade einer gesteppt über Holz. Hörst du es jetzt rechts von dir wieder, Holz? Sie sind da irgendwo noch. Na, super. Wenig gesehen, aber von da aus... Na. ...holt er mich? Was war das? Links von mir. Da hat man eine Leuchtpistole, die Panzer hat mir abgeschossen, ne? Ich glaube, fast eher mit einer... ...Offizier... ...zuhangehören. Okay, kann natürlich auch sein. Die hat er nämlich gehabt. So, was soll ich machen? Hm. Vielleicht kannst ja mich ja wieder aufheben. Ja, probier's mal. Weil der Sniper-Typ ist ja weg. Ja, dann bist du grad irgendwo hinterm Haus die Richtung, würd ich sagen. Mhm. Jetzt hat sich so angehört, einer rechts von dir und einer links von dir irgendwie. Die sich aufgefällt haben. Scheiße. Naja, egal. Wo war der? Guck mal. Oh, sorry. Ich hab schon... Achso. ...zurückgedrückt. Ja. Ja. bei mir da unten nochmal durch den komischen Vorhang hat er mich nochmal gekillt. Ja, aber egal. Irgendwas musste ich jetzt machen. Ja. Ja. Sonst hätte ich da gekämmt. Die hätten gekämmt. Du bist während des Ehrenfall gestorben beim Versuch deinen Kumpel zu retten. Ja. Also, alleine geh ich auch nicht raus. Mhm. Entweder wir sterben alle oder wir überleben. Ja. Ja. Also, ich sag, wenn ich jetzt sage und Micha und du... Also, wenn ich und Micha sagen, du sollst ganz abhauen, dann kannst du das auch machen. Ja. Ja. Wenn manchmal auch schon so... Einer von uns wird abgefackelt und dann sind wir halt so zweit dann rausgerannt. Mhm. Ja gut. Das ist ja wieder was anderes. Aber, dass ich jetzt alleine rausrenne, hab ich nie noch mehr.